Äh, ja, hier ist der Guzoa und der... Lichter. Wir haben uns nämlich gerade darüber unterhalten, wie wir eventuell gegenseitig noch Angriffe machen können. Und ich hab da natürlich ein Special Ass im Ärmel. Aber dazu kommen wir später irgendwann mal. Also, Folge Random Clash ist am Start. Jeder, der es mittlerweile nicht mehr weiß, es wird gewürfelt. Und der erste Würfel zeigt die Skip-Versuche, die man haben darf. Also 1 bis 3, 1 bis 3 mal... Ne, Blödsinn. Erster Skip-Versuch, 1 bis 6, einmal bis 6 mal skippen. Zweiter Würfel-Versuch, 1 bis 3, 1 bis 3 Sterne, 4 bis 6, 1 bis 3 Sterne. So schaut das aus. Und ich hab mir natürlich wieder meinen virtuellen Würfel hier. Bazinga, sieht ganz toll aus. Ich würfel mal. Ich darf nur einmal skippen. Einmal skippen, gut. Jetzt bitte eine 3. Ja, war ja klar. War ja klar. Ich glaub, ich krieg's zum ersten Mal richtig auf die Schnauze. Machtvoll, ja. Ne, das mach ich jetzt nicht, sonst sind noch wieder irgendwelche Sachen weg. Ja, toll. Ja, richtig. Also, einmal. Einmal skippen, das wird jetzt richtig hart. Ja, schön. Ich hab richtig Laune. Ja, genau. Genau. Ja, okay. Dann ist das wenigstens eine spannende Folge. Ne, das hat nichts mit Spannung zu tun. Guck dir meine Truppen an, Junge. Ja, scheiße. Naja, ist klar, das Ding ist gelutscht. Ist das nicht Two Star? Geht sich da, glaubst du, aus? Vielleicht mit der Queen irgendwie rein? Man muss auch sagen, er baut gerade drei seiner Teslan aus. Ja, aber ich sag mal, auch Two Star ist ja die Sache auch nicht so ganz einfach. Weil mit den Truppen, sag ich mal. Also, es ist ja nicht Go Wipe oder sowas. Nein, es ist einfach mal fucking gar nichts. Ich hab aber einfach damit nicht... Also, ich hab wirklich jetzt mit der... Mit einer schönen Sechs. Ja, genau, genau. Damit hab ich einfach nicht gerechnet, weißt du. Ich dachte mir, ah ja, wird schon passen. Aber weißt du, dann können wir es ja so machen, dass du jetzt nochmal Burgis ausbildest und du kriegst so gesehen, eine zweite Chance. Und dann machen wir nochmal schön einen Angriff. Und dann sehen wir, wie es da läuft. Ich denke mal, das ist ganz cool. Alter, ich hab jetzt richtig verschissen, Alter. Ja, okay, ich war irgendwie ein bisschen im Anti-Rage-Mode. Also, ich guck mal, meine Queen geht gleich down. Aber sie geht noch nicht down. Und jetzt drück ich sie. Haha. Ja, toll. Ich guck dir das an, Alter. So verkackt hab ich... Ich hätt ihn ja sonst noch nie angegriffen, logischerweise. Ja, stimmt. Und da muss man auch wieder sagen, du greifst mit dem PC an und kannst die Truppen nicht so schnell setzen. Ja, aber... Am Handy hätt ich schon so gemacht, dass ich wirklich runde rum mit Burgis gegangen bin, äh, wer, und dann nicht 50% gesnackt hätte. Schönes Ding, Junge. Na, wenn denn verkacken, richtig. Hallöchen, Popöchen. Und da ist der Guzoa wieder und Lichtle natürlich auch. Jo. Ähm, wir hauen mal raus hier. Ich würfel mal. Ein und ein. Also dreimal skippen. Besser als vorher. Besser als vorher. Ja, gut. Okay. Und ein Stern. Ein Stern. Oh, super. Das sollte möglich sein. Ähm, ich weiß nicht, willst du es so machen, dass du jetzt aus den drei einen raussuchst oder machen wir es so, dass du den dritten nehmen musst? Ja, komm, dann, dann nehme ich, genau. Genau, nimmst du den dritten, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Du hast mir sozusagen, äh, was, was, äh, äh, vorher, also was Positives gemacht. Ja, hä, läuft. Ja, läuft, läuft, läuft. Okay, ähm, jetzt mal kurz überlegen. Wenn ich die 30 Pokale so sehe, bin ich richtig neidisch, wenn es sowas hier oben gäbe. Ich, ich mache jetzt was ganz krasses. Eins, zwei. Und noch eine. Ha, ha, genau, das habe ich mir nicht gedacht. Ich dachte nämlich schon, äh, könnte vielleicht sogar so klappen. Ja, geil. Ja, perfekt. Und dann jetzt. Dann gehst du auf den Two-Star, wa? Ja, alleine schade, dass ich halt eben kein, genau, schade, dass ich keinen Helden habe. Ja. Ähm, kurz, ganz bisschen Barbaren und dahinter gleich wieder schön Arch. Perfekt. Und ich haue jetzt aber nochmal, weil da bin ich ja wirklich ein totaler Noob, weil ich ja wirklich Barbaren gar nicht nutze. Aber ich denke jetzt noch ein bisschen zum Tanken nochmal rein. Richtig, also ich muss sagen, fürs Farmen sind meiner Meinung nach Barbaren einfach das Praktischste, um eben zu tanken. Ich habe es auch geschafft mit Barge auch wirklich, ähm, Meister 1 dann noch hin und wieder mal eine Basis wegzuholen. Ja. Ganz einfach, wenn du Rathaus 10er verdammt viele Gebäude, so wie der hier jetzt außerhalb stehen hast, ähm, dann funktioniert das. Das, aber dann wie gesagt nur mit Riesen und Barbaren. Ich brauche noch ein bisschen was für tote Gebäude. Guck mal hier, haue ich noch was hin. Ja. Und da auch noch, dass ich da halt einfach noch ein paar Pünktchen bekomme. Oh, der, 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 der Magierturm hat dir gerade ein bisschen deine Truppen weggeholt. Ich, 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 ich hoffe, dass, ja, die gehen nicht zum Rathaus rein, aber das, das sollte passen, denke ich. So, hier hole ich mir jetzt noch ein bisschen was. Das Rathaus ist gleich down, du müsstest noch ein paar Bogenschüsse. Ja, genau, genau. Am oben setzen. Ja, genau. Zack, jetzt kommen die rein. Perfekt. Und noch ein paar Scheiß drauf hier. Barbaren. Hier kommt, nimmt meine Barbaren. Ja, läuft. Auf jeden Fall. Guck mal hier, jetzt ist der Magierturm sogar gleich down. Jo. Das läuft mal richtig gut hier. Und ich habe sogar noch was über. Also, drei Sterne kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 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 das wird zu Kneipp, glaube ich. Obwohl... Also hättest du deine Helden mit, dann auf jeden Fall. Dann wären drei Sterne drin gewesen. Ja, ja, dann wäre das ganz easy gewesen. Das wäre easy. Jetzt, aber leider nicht. Nee, 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 das passt nicht. Nee, aber es ist in Ordnung. Das passt. Also, ich habe meine Ehre halbwegs retten können. Man hätte ihn auch übelst verballern können. Aber das, das war in Ordnung. Damit konnte man leben. Und... Dann... Ihr müsst noch, also wenn ihr es nicht gemacht habt, guckt auf jeden Fall das Video vom Lichtle. Ich will nicht spoilern, ich will nicht spoilern, aber das war mega. Also, das ist schon ein mega kranker Scheiß wieder. Also, man kann es knapp machen und man kann es aber auch auf den Lichtle-Style machen. Läuft. So. Ich würde so gerne beim reellen Angriff einfach auch so eine Skip-Taste haben. Hier kommt, zack, weiter geskippt. Ich kann nichts mehr machen. Okay, weiter. Okay. Oder kennst du auch hier beim CW, wo du denkst, scheiße, ich habe es verkackt, ich möchte eigentlich abbrechen. Ja. Aber dann denkst du dir, ach naja, es könnte ja doch noch was passieren. Okay. Also, ich mache es immer so, dass ich einfach beende. Ich meine, so ist jetzt nicht mehr viel drin, ein paar Prozente, aber so gesehen bringen dir die Prozente ja nichts mehr. Ja, 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 klar. Aber so hatten wir noch ein bisschen Zeit zu konversieren. Zu relaxen. Ja. Nicht konvertieren, sondern konversieren, oder Konversation? Konversationalisieren. Ich weiß es nicht. Egal. Ja, genau, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ich werde das hier nochmal machen. So, und dann war es das auch schon wieder. Ich glaube, ich gucke mal gerade. Ich hatte heute wieder ordentlich epische Angriffe am Start. Passt. Super. Das soll es von uns gewesen sein. Ja, wenn ihr den Lichtlin noch nicht kennt, dann sage ich nur eins, habt ihr Pech gehabt. Ansonsten guckt ihr auch gerne nochmal in der Videobeschreibung, da habe ich auch den Link drin. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.